Das Thema Rückraumüberwachung beim KRONE Auflieger haben wir schon in epischer Breite abgefrühstückt. Also das Erkennen eines Hindernisses mittels 3er Ultraschallsensoren und das automatische Einbremsen des Fahrzeugs 50 cm vor der Betonrampe. So ist das Heck eines Aufliegers in idealer Weise geschützt. Und wenn das Hindernis ein Kind auf einem Roller ist, dann wird sogar Leben geschützt. Das Prozedere beim Auflieger ist bekannt. Je näher das Fahrzeug sich der Betonrampe nähert, umso höher frequenter blinken die Umrissleuchten, gehen dann über in ein Dauerlicht und das Fahrzeug wird automatisch eingebremst. Was aber, wenn dein Fahrzeug ein Wechselverkehrsanhänger ist und du eine Wechselbrücke aufnehmen musst? Dann hast du das Problem, dass die Rückraumüberwachung die Beine deiner Wechselbrücke auch als Hindernis erkennen und das Fahrzeug dann auch automatisch einbremsen. Und dann wird es nichts mit dem Aufbrütschen. Daher muss beim Wechselverkehrsanhänger das Rückraumüberwachungssystem vor dem Aufbrütschen deaktiviert werden. Das heißt also, raus aus dem Fahrerhaus und den Drehtasten am Erheben und Senken mindestens 2 Sekunden lang halten. oder die bequeme Variante im Fahrer aussitzend. Rückwärtsgang neutral, Rückwärtsgang schalten und dann klappt es auch mit dem Aufbrütschen. Los! 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 Los!